Musik 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 Ich bin Gimgat, ich komme aus der Ordebühre bei 53 Jahren. Musik 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 Bevor ich bei der Karla war, war ich arbeitslos. Wenn man arbeitslos ist, dann fällt man gerne in ein Loch, wo man sich nutzlos fühlt und man nicht weiß, wie man den Tag rumbringt und sich irgendwo einlädt. Das ist schwierig, um dort rauszukommen. Die Karla hat mir die Möglichkeit, an einem geregelten Tag zu kommen, dass man mit Leuten in Kontakt kommt, dass man eine Aufgabe hat, dass man gebraucht wird oder wenn man niemanden kennenlernt, dann kann man auch nicht die Möglichkeit hier, dass man vielleicht da oder dort hört, dass es wieder eine Arbeit gäbe. Man fühlt sich gut, wenn man einfach wieder einen Ablauf hat, wenn man selber da wieder Geld verdient. Ich war längere Zeit arbeitslos und habe über Karla die Möglichkeit hier, so einfach wieder ins Berufslehrbeinig kam. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.